Und herzlich Willkommen in der nächsten Folge von OILT A NUTT! Wir haben letztes Mal ziemlich erfolgreich, in diesem Fall werden wir das noch mehr... Wir bauen gleich mal das Sägewerk. Einsam ist die Stadt, dass wir nur 100.000 zur Verfügung haben. Boah, ist das viel. Da haben wir echt viel Zeit. Wahnsinn. Also muss das echt bedeutend sein. Warte mal, ähm... Ähm... Wenn ich nur für 37.000 kaufe, dann würde ich es mir nicht reichen. Damit kann ich genau 2 Arbeiter kaufen, oder? Nein, 2 Arbeiter kosten genau 90 Riesen. Okay. Das heißt, da muss man nochmal 1.000 eingeben. Schade eigentlich. Dann kaufen wir hier das Stadthaus. Ähm... Das ist ausbaut, ne? Einmal ein Ausbauen können wir jetzt. Ich glaube, ich wollte sogar zweimal etwas ausbauen. So wie es scheint. Boon, dum, 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 dum! Oh, Spawn... Na, das wäre schön, das zu kaufen hier. Dun, 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 dun... Soll ich verkaufen. Annehme Nächstes Kaff mir das Dann Warte mal, wie teuer ist eigentlich so eine Genehmigung? Na Da oben Wie teuer ist eigentlich so eine Genehmigung? Achso, okay, verstehe Äh, wie ist bei den letzten zwei? Okay, dann bauch ich Ähm, ein GoPro Warte mal, wir kaufen den, dass er innen bei Struggle Beißen gehen ab Dann bauen wir genau Ich verstehe nämlich die Genehmigung Nicht genug Material und nicht genug Bearbeit Ich verstehe, wie viel da hinten laufen möchte und dann schauen wir es wieder Ähm, ich glaube, dem... 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 Äh... Ach, da unten... Ah, jetzt ist der andere Klappe Ähm... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, oder? Ah, scheiß Ich habe nämlich eine Pause gemacht und eine Stunde und das habt ihr gar nicht gemerkt Ich habe hier lüften müssen, wenn wir jetzt nicht gut gehen, hätte der Kopf getreten ein bisschen Ähm... Jetzt bin ich wieder weiter dran. Wir treiben den Antrag, kommt bei uns. Wenn der ausgebaute Genehmigung ein neues Haus beantragt, kannst du dort eigentlich hier den Ausbau vernehmen. Anna Eifenberg. Ja, kannst du vielleicht leisten. Warte mal. Kannst du durchlaufen? Oh, 43.000, das ist schon böse. Warte. Super Sache. Oh, 16 Riesenwoller. 1.000.000, wow. So, das nehmen wir gleich an. Kaufen das. Beißen das ab. Kaufen das noch mal. Kaufen noch 3 Arbeiter. Kaufen das noch mal und kochen noch 3 Arbeiter. Kaufen das. Reißen das ein. Bauen hier mit den Arbeitern jetzt die Bank. Und bauen hier das Palace. Und bauen hier das nächste Palace. Und bauen hier das nächste Palace. Nicht das war. 3 Arbeiter noch mal. Sehr gut. Das kaufen wir auch gleich. Und reißen das auch gleich ab. Und kaufen nur 3 Arbeiter. Bauen das aus. Bauen das nächste Palace. Ab dem Spenden an. Bauen hier das nächste Palace. Ausbauen. 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 Na komm Digga. Was ist denn jetzt? Das sollen uns jetzt hier arbeiten. Das reicht aber noch nicht. Kauf. Nein das war falsch. Ach egal. Ausbauen. Ausbauen. Antrag stellen und ausbauen. Mehr Holz kaufen. Abreißen. Ausbauen. Spenden zu an. Das hier. 5. 3. Stadthaus. Das ist doch schön zu hören. Dann reißen wir das ab. Dann machen wir da noch mal ein Stadthaus. Hier machen wir gleich die Annahme. Hier machen wir gleich den Antrag. Und ausbauen. Ausbauen. Natürlich wieder fünf Arbeiter Digga. Nehmen wir jetzt irgendwas. So. Stadthaus. Ausbauen. Das ist knapp Digga. Das ist echt knapp. Das ist. Ausbauen. 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 Abnehmen machen. Hier gleich ausbauen. Schrauben. Anfeißen. Und wieder fünf Arbeiter Digga. Ausbauen. Genehmigung. Antrag. Ausbauen. Und das nächste. Stadthaus. Bauen. Und das nächste. Und wieder hin. Und wieder mit Material. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Und nicht mehr den 500.000 kaufe. Was ich nicht leisten kann. Ja. Ausbauen. Antrag stellen. Ausbauen. Abnahme. Andrück stellen. Ausbauen. Und wieder Haus bauen. Ausbauen. Und hier bauen wir das letzte Stadthaus. Hier lag keine Arbeiterseger. Das ist doch zum Kotzen. Abnahme. 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 Wieder eine Abnahmestelle. Und wieder ausbauen. 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 Abnahme. Abnahme. Und hier noch die Abnahme machen. mit einem. Um Schweiß. Ausbauen. 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 Die Leuchte, oder? Oh mein, eine Longsauce und in Bestlage. In Bestlage... Boah, komm der, Alter. Wie viel hat mich hier denn noch von der Kiste? An mich wird das ein Motoren, Digga. So, geh weg. Landhaus in Bestlage, Stadthaus in Bestlage, Teilhais. In Bestlage. Ja, diese Warzeit dauert ewig. Ich müsste heute auch noch ewig aufzuhören hier. Und das ist echt weit. Wahnsinn, ist das weit. Das heißt, ich muss die drei kaufen. Ich will aber nicht, Digga. Was ist das? Ausbauen. Ausbauen. Wie ihr das? Ich hab viel Zeit, aber mir trotzdem Druck ist schon nicht klar. Gefühlt. Arschlich, ja. Ausbauen. Na komm, mach hin, Digga. Dann krieg ich 300.000. Kaufen. Kaufen. Denk ich jetzt nicht mehr. Klasse, den Exodefrei. Komm schon. Mach doch. Na mach jetzt. Kaufen. 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 Bauen wir mal das Bauhof. So. 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 So reinstecken So Damit kann man das erste Palace bauen Aber ich will nicht das Palace dort bauen Warte mal, weißt du das? Wir bauen das Palace genau hier Und das resten wir ab Dann bauen wir uns ein Palace und das verkaufen wir Na klasse Wie krieg ich denn eigentlich nur 3,6? Das ist doch braun, ey Ich leuchte über ein Stadthaus damit Ich verkaufe das nochmal für 300 Riesen Und brauche damit da und dann habe ich eine Million Dann kriegen wir das geschissen Ganz schnell Nicht mal 50 Riesen Das machen wir nicht mehr Das ist braun nichts Okay, dann verkaufen wir das jetzt Ich nehme es gleich an und damit kaufen wir dann Material Ja Noch mal mein Krieger Und ziehen jetzt schon mal das Palace Eigentlich kann ich das auch gleich abreisen Kaufe ich mir gleich Kaufe ich mir gleich Wenn ich schon das Geld gerade war Kann sich auch gleich verpassen Und das bauen wir gleich aus Ja Ich will das gar nicht mehr bezahlen Verzügt euch Alter Es ist halt nicht mehr lohnenswert Verkauft zu werden Oh Oh, spawn Es ist nur noch der eine Million hier Gäts ab Es ist wohl zu viel draußen, die Liga Was? Elektrische Indoor-Kartbahn? Eine Kartbahn? In Ernst? So, den nehmen wir auch gleich ein. Und damit haben wir jetzt genau eine Million. So, das passt genau auf. Das kauf ich genau nochmal drei. Und nochmal ein Holz. Und nochmal das und nochmal ein Holz. Den kauf ich gleich auch und reiß den auch gleich mit ab. Kauf noch mehr Arbeiter und mach einmal für 100.000. So, das sind genau die 4 Aufgaben hier. Das bedeutet nochmal ein Holz kaufen und nochmal ein. Und jetzt pass auf. Jetzt bauen wir hier, damit die uns nicht mehr abzwecken. Das hier. Jetzt bauen wir hier, so wie die es wollten, erstmal das Palace. Hier wollen wir ein Stadthaus. Und hier wollen wir noch ein Althaus. Und wieder fehlen drei Arbeiter. Aber 20 voller Arbeiter. So, dann rücken wir. Land vor. So. Dann Ausbau. Ich brauche nur noch eine Miete von 200.000. Palace. Palace. Und wieder Palace. Und hier ausbauen. Und wieder Arbeiter. Und hier ausbauen. Ausbauen. Und wieder Arbeiter. Ausbauen. 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 Antrag stellen. Besteht sich. Dann ausbauen. Den können wir auch gleich kaufen. Und gleich mit abreißen. Ausbauen. 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 Dann kann man auch gleich eine 4 Stelle machen. Der kann auch noch ausgebaut werden. Also hier machen wir eine Abnahme. Dann machen wir hier einen Antrück. Dann können wir ihn ausbauen. Antrück stellen. Ausbauen. Antrück stellen. Antrück. Ausbauen. Antrück stellen. Antrück. Aber nicht ausbaubar. Doch ausbaubar. Jetzt bin ich wieder nicht in die Karbeiter. Eine Abnahme hier. Eine Abnahme dort. Da ist schon eine Abfahrt. Fertig. Hier. Abnahme. 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 Wieder eine Abnahme. Ich mache jetzt 250.000. Ja. Das kann ich mir eh nicht leisten. Aber. Neun. Kann ich nicht. Weil ich keine 7 Arbeiter habe. Wir fehlen gegen Arbeiter. Wir fehlen gegen Arbeiter. Wir fehlen Arbeiter. Wir fehlen Arbeiter. Wir fehlen Arbeiter. Wir fehlen Arbeiter. Ähm. Wie soll man das Griechen? Das war jetzt schon. Okay. Fertig. Und jetzt kann ich alle schon mit einer Million alles ansteigen. x2 порrrr Weil ich auch genug Zeit hatte. So, nächste. Da. Leck mich doch mit deinem blöden Scheiß. Warte mal. Ah. Jetzt machen wir auch so. Jetzt machen wir hier keinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie wird das fertig machen? Ja, bis dann. Ciao. Wenn es euch hier freundet, lasst mir ein Abo und ein Like da und vor allem einen Kommentar. Ich liebe einen kleinen Kommentar. Okay, ciao.